Einen ganzen Abend lang mit den Freunden auf dem Vasen feiern. Das ist das, was wir bei Stuggi TV letzte Woche verlost haben. Und die glückliche Gewinnerin dabei ist die Anna. Und der werde ich jetzt gleich mal den Gutschein mit ihren Wertmarken überreichen. So, liebe Anna, herzlichen Glückwunsch. Du hast unsere Vasentickets für einen Abend Göckelismayer gewonnen. Herzlichen Glückwunsch und hiermit überreiche ich dir den Umschlag. Ich danke auf jeden Fall Stuggi TV für die Tickets. Ich habe mich mega gefreut. Ich habe fast geweint, ich bin fast ausgerastet, als ich die bekommen habe. Ja, vielen Dank. Weil ich einfach nichts mehr liebe, als auf dem Vasen zu sein. Und wir hier einfach immer eine gute Zeit haben. Wenn man hier ist, hat man immer gute Laune. Man ist in der schönsten Stadt der Welt. Man kann Bier trinken. Man hat immer Spaß. Ich habe hier noch nie jemanden getroffen, der schlecht drauf war. Jeden, den man hier trifft, ist nett. Das ist wie eine große Familie hier. Man lernt immer wieder neue Leute kennen. Das ist jedes Mal was Besonderes. Das ist einfach nie etwas, wir tun nur�st. Man hat immer wieder transplantiert. Vielen Dank.